Sie wollen Ihre SchülerInnen für Französisch motivieren? Entdecken Sie FranceMobil. Das sind zwölf LektorInnen zwischen 20 und 30 Jahren aus Frankreich, die 45-minütige Einsätze in deutschen Schulklassen anbieten. Die LektorInnen wollen junge Menschen für die französische Sprache motivieren, ihnen deutsch-französische Mobilitätsprogramme vorstellen und so für Europa begeistern. Und wie genau funktioniert das? Nehmen wir Frau Müller. Sie ist Französischlehrerin in Köln. Über franzmobil.fr lädt Frau Müller einen Lektorin ein und entscheidet sich für eine Online-Animation. Sie muss lediglich das Anfrageformular ausfüllen. Das ist Mathieu, FranzMobil-Lektor in Düsseldorf. Sobald der Termin für die Animation feststeht, nimmt Mathieu mit ihr Kontakt auf. Der große Tag ist gekommen. Bei Online-Animationen sind oft zwei LektorInnen dabei. Das macht sie besonders interaktiv. Heute haben Mathieu und Mathild verschiedene Aktivitäten vorbereitet. Ein deutsch-französisches Quiz, Rätsel, Musik und vieles mehr. Anfangs waren die SchülerInnen etwas zurückhaltend. Jetzt freuen sie sich, etwas über die regionalen Spezialitäten aus Mathieu's Heimat zu erfahren und bereits vieles auf Französisch zu verstehen. FranzMobil-Animationen sind einfach, spielerisch und gratis. Sie können online oder als Präsenzveranstaltungen stattfinden und eignen sich für alle Schularten. Sie möchten Ihren SchülerInnen die Teilnahme daran ermöglichen? Machen Sie es wie Frau Müller. Laden Sie das FranzMobil in Ihre Region ein. www.franzmobil.fr 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 Vielen Dank.